10 Punkte und das ist gar nichts. Piotr Schiwa hat heute schon viele Glückshormone ausschütten können, hat einen super Probesprung gezeigt. Und jetzt im Wettkampf geht es auch dahin. Und extrem weit hinunter, natürlich kann er den Sprung dann nicht mehr sauber landen. Aber wenn die hier auf die Welle kommen, unfassbar, was dann möglich ist. 245,5 Meter. Vor allem er hat sogar ein bisschen mehr Höhe mitgenommen über dem Vorbau wie der Micha. Also der muss da irgendwann einmal draußen gestanden sein, jetzt in dem Bereich. Und da weißt du schon, es geht dahin, bleibt volle vorne. Und das ist so schwer zum Steuern. Du hast Athleten, die teilweise 120 hupfen und der nächste hupft dann 20 Meter über die Hülse. Die Noten sind natürlich dann bescheiden. Wichtig, dass er sich da nicht wehtut, dass er nicht stürzt. Bekommt Noten zwischen 15,5 und 16,0 und jubelt natürlich über diese herausragende Weite. Über diesen neuen Schieberrekord, den persönlichen Hausrekord des Polen. Und das sind die